Hallo zusammen, ich bin Basti und heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der IU Internationalen Hochschule. Hier wollen wir dir nützliche Tipps und Tricks rund um das Thema Studium und Weiterbildung mit an die Hand geben. Mit unseren Videos wollen wir dir so Einblicke in unterschiedliche Kurse bei uns geben. Wenn du also wissen willst, wie Abschreibungen funktionieren oder wie die Psychoanalyse nach Freud aufgebaut ist, klick dich doch mal in unsere Rubrik Einfach erklärt durch. Aber wir helfen dir natürlich auch bei deiner Suche nach dem passenden Studiengang oder geben dir Hilfestellung bei allgemeinen Fragen. Wie du merkst, wir wollen dich einfach auf deinem Weg unterstützen und begleiten, damit du die für dich besten Entscheidungen treffen kannst. Ich würde sagen, nicht lange warten, abonniere unseren Kanal und schaue dir einfach mal unsere Inhalte an. Es kommen übrigens auch kontinuierlich neue Inhalte über die verschiedensten Themen. Ich bin mir sicher, dass du auch was für dich dabei finden wirst. Falls das Wiedererwarten noch nicht der Fall sein sollte, kannst du aber auch immer in unseren Kommentaren schreiben, was für Themen du dir hier auf unserem Kanal wünschen würdest. Wir freuen uns jedenfalls auf dich und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Schauen unserer Videos. Bis zum nächsten Video. Ciao!